So hallo leute Nach meiner Zeit kommt schon von Füschen und jetzt muss ich einfach mal ein bisschen geblieben sein in der ersten Füße etwas was kann ich nochmal in der ersten Auto und dann ... ... so Stell drafter zu finanzieren das ist noch nie nicht keine Zack Benni naja ihr domain ist hier nix nee ist nichts da nix graue ich bitte also noch dann weiter Ich denke mal, wir bleiben uns nicht gleich alleine. Sollten wir einfach mal weiterfahren, umfahren, umfahren, ah ich wusste es, doch jetzt, gleich kommen wir, gleich kommen wir, auf der Nordenseite, wenn wir hier seid ihr noch. Wir müssen die Waffen einpassieren. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das Level schon gesehen habe, da ich wieder alles ausprobiert habe, weil ich mein PC neu gemacht habe. Habe habe habe, deswegen habe ich das schon mal angezockt. Ja, es tut mir sehr leid, aber ich habe ja gesagt, es ist ja nicht gelined, ich habe es schon mal durchgespielt, aber ich weiß nicht wie ich das geschafft habe. Ach, hat er mich doch getroffen, jetzt ist der Sack. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Was ist das? Was ist das denn? Hallo? Oder? Oh, ich muss den Steinsdrücken und dann Dumpf! Gucken wir hier, wie der steht. Na ja. Und und ab! No! No, ich würde auch auf… Lest mich jetzt nicht da drauf? Ne, ne, macht los. So, jetzt. Und, jump. Und, genau, geht jetzt wieder zurück. Ah, jetzt darf ich das jetzt nicht noch machen. Das sagt, wenn es da ein Broschgeneral hat. Was ist das alles, wie viel langsamer? Ich stehe jetzt mal sitzen, macht ein paar Leute ab. Da sind schon wieder welche. Da haben wir einen Rollstuhl. Noch einer, wo es da ist. Da stehen sie dann wieder da. Oh, meinst du, das ist ein Verstuhl. Na ja, getroffen? Na ja, blau. Schön. Ja. 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 Da ist noch einer. Aber ich kann nicht hoch, um die Munition zu kriegen, ne? Ich kann nicht hoch. Ich kann nicht hoch. Ich kann nicht hoch. Ich kann nicht hoch. Oh, wir laden einen Lade... Der sogenannte Ladebildschirm. Der ganz kurz war. Und... Wau. Wau. Ganz zart fahren wir hier richtig. Werden wir es schaffen, wie wir durchzukommen. Werden wir es schaffen. Ich bin mir eigentlich sicher. Oof, ich bin ja eigentlich nicht so jemand da, ich bin ja mal vorken... ... was ist denn da? Wo ist denn da? Ach, das ist schon mal ein Erklatschuhl. Ich mach das mal, dass ich hier auch hab. Oh, was ist denn da? Hm, na gut, gehts weiter. Vielleicht gehts mal so lang. Ich glaube nicht. Das Boot ist jetzt nicht schneller. Ich denke, ich schlafe nicht. Ja, ich habe schon gefehlt. Ich soll mal gucken, was da ist. Oh No Ja, wenn man zu neugierig ist, ne? Dann wird... ...gekillt hier Oh, ich find's gut Ich find's gut Ich will hier was anderes sehen Ich will hier was anderes sehen So Machen wir mal hier hoch Aha Hier runter Wollen wir noch was? Ne, noch mit Kiste stehen Oh Oh ja Damit nehmen wir schon fast wieder auf hier Filter Fahrrad, hier kann man Fahrrad fahren? Ne, ich kann das nur nehmen Und werfen Schade, ich hab gern Fahr, gern Fahrrad gefahren Ja, also, äh... Ich würd sagen, wir fahren So, jawoll Wir gehen mal weiter, das war auch gut Schade Ich liebe jetzt Und jetzt geht es weiter Oh Oh... 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 Oh, jetzt bin ich Oh... 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 Hehehe, oder nicht? Das ist halt eh da vorne. Das ist schon da drin. Und du noch? Und du machst das? Und du? Das sind extra bien, und du? Ah, wo kann man dann runter? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Und du? Ist der kaputt da, ne? Haben die irgendwas? Alles klar. Welcher hat er jetzt? Schwein? Ich weiß nicht, ob der da oben war. Das ist ja ein Typ. Da bin ich ja auch. Na gut, ich fahr jetzt mal durch. Waaah, verdammt! Nein, ich fahr jetzt mal durch. 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 Ja, 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 ja. Ich seh den Typen, der mich hier abknallt. Ich schiebe auch das hier. Ich fahr jetzt mal durch. 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 So, haben wir alles. Haben wir immer alles. Auf komm. Ah, 30 Gesundheit. Das ist ja... Was ist denn der Punkt? Was ist das? Ich fahr jetzt mal durch. Das ist ja... Ich fahr jetzt mal durch. Ich fahr jetzt mal durch. Ich fahr jetzt mal durch. Was ist denn die Waffen eigentlich passiert? Oder die... Die haben gar keine Waffen bei. Was ist das denn? Ähm... Ich fahr jetzt mal durch. Ich fahr jetzt mal durch. Ich fahr jetzt mal durch. Ich habe schon mal drüber gespielt. Machen wir mal eins. Und dann wieder. So toll! Danke. Okay. Ähm, ach ja, ich wollte ja. Genau. Hier durch, hier durch, hier durch. Immer noch hoch. Immer noch da. Immer hier runter. Oh, was ist denn da geschossen? Oh, der Leiter gesehen? Nein, glaube ich. Nein, nein, nicht hier. Ich komme ihn aber auch dahin. Oh ja, gut. Das ist nicht zu weit da rüber, so ist ja schlafen, ich meine. Oh, ich bin ja noch hoch. Oh, ich bin ja noch hoch. Ich könnte kurz spielen. Also, wir spielen doch. es ist auch nicht nur die ich weiß nicht wie ich dachte ich kann FRED oh ja ich kann mich hier wohl lassen die Palle hat mich doch created Ich hab die noch abgemacht. Ich hab die abgemacht. Ich hab die aufgemacht. Ah, die Kinder. Ich hab die Kinder. Ich hab die Kinder. Was ist denn da machen? Ich kann sie nur nicht wieder abgemacht. Aber das ist da einfach alles. Oh noch mal, das ist ein historischer. Ich hab natürlich auch hier zu tun. Ich muss das aber auch hier auch hier drin. Oh, okay. Das macht sich richtig. Der gesunde Radbildschirm. Ich schimpere das Radbildschirm. Ich habe ja gerade einen Aufmerksamkeit. Ich kann heute den Platz haben. Ich hab ihn da an. Ich proben, dass das noch ein bisschen schneller kommt. Ah, jetzt weiß ich, kann ich ihn da an. Ich hab ihn da an. Ich hab ihn da an. Dann kommt jetzt das sogenannte Fluggerät. Ich hab ihn da. Ich hab ihn da. Ich bin da einfach stehen. Na komm du. Überfahre ich jetzt nicht. So. Jetzt mach ich ihn mal hier stehen. Ich hab ihn da an. 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 Oho? Ich bin da an. Jetzt kommen wir mal ab. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Was ist das, was ist das? Oops! Ah, der war. Das ist ein bisschen am Tag. Er ist noch nicht die Wachboden. Ich bin der Wachboden. Ich bin der Wachboden. Ach Mensch, ich bin der Wachboden. Ich bin der Wachboden. Es muss sein, dass er nicht abgestürzt ist, da wo ich war. Abend, 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 Abend. So, das ist gut. Das ist ja auch nicht so, ne? Doch jetzt. Jetzt. So, ja. So, haben wir geschafft. Jetzt haben wir alle gestürzt. Oh, das ist das. Oh, das steht für mich. Oh. Okay. Ich gehe jetzt auf das Rad. Ich bin zu sehen. So, tja. Schön, schön. Ich hab's hochgelassen. 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 So, das ist wieder E. Stoppen. Ich glaub hier, hier im Land. So So Nee, da war noch einer So Kann es gehen, hm? So kann es gehen Ich glaube, hier war doch mal was Hier war noch was, hm? Ich bin jetzt mal hier und hier Ach, ja Ich muss das erst Doch ein Starbüchtel Gehör jetzt Oh, ja 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 Ich meine, das ist mir nicht zu stürmisch, die Porte einfach Oh, ja 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 Ich bin vor allem sehr oft geguckt Aber irgendwie Ich hätte es dann nur nachher zu gucken Aber ergeben hat es folgen Hey Großes Oh, ja Ich müsste den Kronk Aber Oh, man, das ist langweilig Oh, ja Es ist zu viel Hype da rum, irgendwie Vielleicht Kronk, aber du hast zu viel Hype Oh, ich wusste, dass du ein Kronk Um zu viel Hype hier unterzunehmen Ah, wie das hier Ist noch kein guter Kleber Ich mache nur Ich mache nur Papa ist auch nicht Ich mache Ich mache Warte mal nicht Ah, der schadet sich natürlich nicht Ich mache Ich mache Ich mache Tag Ach, here are you Oh, yeah Oh 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 right Kleiner Ruckler. Jetzt hat sich noch keine Weg noch. Ich denke mal, die haben doch alle gekillt. Jetzt gehen wir hier. Ach guck mal. Schöne Sonne. Warten nimmt so ein Verständnis. Ich weiß. Schöne Sonne. Schöne Sonne. Geil. Man kommt an und hat direkt den Ladebildschirm. Super. Am besten, wenn man das gemacht hat, dass es im Flug ein Ladebildschirm ist. Ja, super. Okay. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Mikrofon. Jetzt ist alles mal eingestellt. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder. Oh, oh, oh. So. Ich bin hier. Ah, da ist es auch. Und, genau. So, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, euer Pfei. Tschüss.